Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Wir wollen heute Brezel machen. Wir wollen im Endeffekt am Ende wollen wir hier einen aufgeschnittenen Brezel haben, wo Butter schön drauf ist und Schnittlauch drüber. Meine Frau liebt das so und deshalb haben wir uns heute überlegt, dass wir das machen wollen. Solltet ihr euch ein bisschen wundern, dass hier im Hintergrund gerade irgendwie irgendwelche Krieger rumlaufen und mit ihr Maschinengewehren schießen, das liegt daran, dass mein lieber Mitmieter unter uns gerade dabei ist, auf seiner Playstation dritter Weltkrieg spielt. Also nicht wundern, wenn hier mal ein AK im Anschlag ist und ordentlich bummert. Das ist unter uns, das ist nur virtuell. So, dann wollen wir mal beginnen. Jetzt kommt als erstes unser Trailer. So, wir haben schon mal wieder ein bisschen was vorbereitet. Wir haben 250 Gramm Mehl uns hier hinein abgewogen. Wir haben 140 bzw. 150 Milliliter Wasser lauwarm hier drin. Da tue ich jetzt 10 Gramm Hefe rein. Gibt auch Rezepte mit Trockenhefe. Kenne ich mich nicht so mit aus. Ich habe noch ganz viel hier, aber das ist nicht meins. Da kriege ich erst recht die Krise. Ich bin ja froh, dass ich hier mit irgendwie zurande komme. So, das lösen wir so ein bisschen auf. So, die ist jetzt noch ein bisschen aufgelöst. Ein Teelöffel Zucker, damit die Hilfe ein bisschen was zu essen hat. Auch noch schnell auflösen. So, klasse. Dann nehme ich mir jetzt ein Tuch und mache da erstmal ein Tuch drüber. Die darf jetzt mal so ein bisschen alleine vor sich hingehen und schon mal aktiv werden. In mein Mehl kommen 10 Gramm Butter. Dann kommt da noch rein eine Prise Salz bzw. ein Teelöffel Salz. Jetzt müssen wir warten, bis die Hilfe hier so ein bisschen reagiert und dann können wir gleich weiter machen. So, wir haben wieder ein bisschen umgeräumt. Ich habe mir wieder meine schöne Silikonfolie hingelegt zum Backen. Die haben wir ja letztes Mal schon beim Franzbrötchen Backen dabei gehabt. Ich finde die sehr schön. Ich habe euch mal unten einen Link reingemacht, dann könnt ihr die euch auch ansehen. Ich finde es sehr praktisch, darauf zu arbeiten. So, mein Mehl. Meine Hefe hat jetzt ein bisschen Zeit gehabt, um sich zu entfalten. Hier in dem Wasser-Zucker-Gemisch. Die tun wir jetzt einfach mal dazu. Wunderbar. Dann tun wir das Ganze hier in unsere Rührmaschine. So. Einmal runterklappen und muss gar nicht so aufgerissen werden, sondern nur langsam durchrühren. So, bis es ein glatter schöner Teig geworden ist. Wir haben unsere KitchenAid ja auch erst seit kurzem und wenn man die KitchenAid bekommt, dann muss man die richtig einstellen, damit der Kniefaken auch auf der richtigen Position ist. In einem meiner weiteren Videos werde ich euch das nochmal zeigen, wie man das macht. So, unser Teig ist jetzt fertig. Jetzt machen wir das hier mal auf. Müssen wir den halt ein bisschen hier runter holen von dem Haken. Wunderbar. So. Jetzt eine schöne kleine Kugel draus geformt. Die nehmen wir jetzt, tun die hier schön meine Schüssel rein. Da habe ich unten ein bisschen Mehl rein getan, damit sie nicht ankleben kann. Und dann darf meine kleine Kugel jetzt ein bisschen gehen. Deckel drauf, Tuch drüber und dann stelle ich die jetzt an einen warmen Ort. Und dann muss der jetzt ungefähr eine halbe Stunde gehen. Man erkennt es eigentlich daran, wenn er im Endeffekt doppelt zu groß geworden ist. Dann ist er richtig gegangen. Das zeige ich euch gleich. So, eine gute halbe Stunde ist vergangen. Unser Teig hat an einem warmen Ort gestanden und ist schön aufgegangen. Ich nehme mir den, nein, ich nehme mir erstmal kurz hier unten meine Unterlage. So. Dann nehme ich mir jetzt meinen Teig hier raus. Wunderbar. Und mache mir da draus jetzt eine schöne Rolle, die ich in fünf Teile zerteilen kann. Ja, so in etwa. Also ich sage mal, es gibt so ganz viele Fachleute, die wiegen das dann noch ab. Der hier ist ein bisschen lüttereil geworden, der ist ein bisschen größer geworden. Tun wir das da noch mit zu. Das knieten wir jetzt noch einmal kurz. Und machen da überall so runde kleine Bälle draus. So, wir sind jetzt schon mal ein bisschen weiter gegangen. Wir haben aus diesen Kugeln uns halt so längliche Teile gemacht. Fünf Stück. Und dann müssen die halt lang gerollt werden. Das bedarf ein bisschen an Geduld. Ich bin nicht der Bäcker. Ich bin ja eher der Koch. Das muss halt aber schön lang sein. So. Ich sage jetzt mal knapp 50 Zentimeter. Dann nimmt man den so. Und schlägt ihn so zusammen. Also hier eine doppelte Rundung. Dann wird das so zusammengedrückt. Und dann hat man seinen Brezel. Ganz einfach. Ich mache jetzt nochmal eben schnell die anderen alle fertig. Und dann geht es mit dem nächsten Arbeitsschritt weiter. So, jetzt haben wir unsere fünf Brezel fertig bekommen. Haben die geformt. Und jetzt müssen die nochmal für eine halbe Stunde in Ruhe gelassen werden. Das heißt, so ihr Kleinen, jetzt müsst ihr noch ein bisschen schlafen. Und ein bisschen größer werden. Und dann geht es gleich eine halbe Stunde weiter. Unsere Brezel sind jetzt gerade noch so ein bisschen am Gehen. Das ist aber gleich zu Ende. Deshalb können wir ja schon mal das Natron vorbereiten. Ich habe hier einen Liter Wasser. Den tue ich hier in einen großen Topf, so dass ich auch schon Fläche habe. Das werde ich jetzt mal eben schnell zum Kochen bringen. Und damit das mir nicht überbraust, tue ich meinen Kaisernatron da jetzt schon rein. Ich tue auf einen Liter eine Packung. Die muss jetzt gleich sich schön auflösen und einmal heiß werden. Das löst sich jetzt schön auf. Und wenn das dann gleich heiß ist, dann kann ich dann meine Brezel nacheinander schön hinein tun. Ich werde die von jeder Seite ungefähr 30 Sekunden da rein tun. Schön von beiden Seiten. Ich bestreue die Brezel jetzt noch mit ein bisschen Salz, nachdem wir sie einmal kurz in der Lauge hatten. Und dann kommen die in den Backofen. So, ich habe jetzt meinen Backofen vorgeheizt. Ich tue den auf der mittleren Schiene 200 Grad in den Backofen und da bleiben die jetzt für ungefähr eine Viertelstunde. So ihr Lieben, jetzt sind unsere Brezel fertig. Schön 17 Minuten im Backofen gewesen. Sehen super lecker aus. Hier liegen die restlichen vier. Ich habe mir schon mal erlaubt, den einen hier aufzuschneiden. Da mache ich jetzt ein bisschen Butter drauf. Habe ich mir schon mal vorbereitet. Dann kann man schön Butter drauf machen. Und dann schön gleich Schnittlauch. Und dann kann meine Kamerafrau, als Dank dafür, dass sie schon wieder so viel gearbeitet hat für uns, kriegt sie jetzt einen schönen Schnittlauchbrezel. Lecker! Genau. So, jetzt tun wir da mal schön frischen Schnittlauch drauf. Sieht richtig gut aus, ne? Ja, finde ich auch. Das ist doch richtig genial. So, den Deckel wieder oben drauf. Schatzi, der ist gleich für dich. Klasse! Genau. So, ich hoffe euch hat das gefallen, was wir hier gemacht haben. Verhältnismäßig nicht so sehr aufwendig, ein bisschen zeitintensiv, weil man den Teig ja ein paar Mal gehen lassen muss. Den dann noch durch das Natron zu ziehen. Das dauert halt auch einen ganz kleinen Moment, macht ein bisschen Aufwand. Aber sonst, wenn man das Ergebnis sieht, ist es ja schon richtig geil. Also ich finde, kann man mal machen. Und ganz besonders, wenn man irgendwie auch Gäste bekommt, ist das natürlich eine tolle Nummer. Schön mit Weißwurst, süßen Senf und frischen Brezen, wie man selber gemacht hat. Und das zum Beispiel in Hamburg, so wie hier jetzt. Das ist doch eine geile Nummer. So, solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, dann tut das doch bitte jetzt. In unserem vorletzten Video könnt ihr sehen, wie wir Franz Brötchen gemacht haben. Das ist auch ein sehr schönes Video, was auch sehr viel Spaß gemacht hat für uns. Und ja, ich glaube das war's. Hast du noch irgendeine Idee, Schatz? Äh, warum dann noch nicht. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Sagen. Thank you. Und Frank vom footballkarmhoch.de. Ciao, ciao. Sagen. Untertitelung des ZDF, 2020